SWR 3, die Tier-Docs. Was hat er dann? Mit Dr. Hart, ein Arzt der Leidenschaft und Dr. Zart. Nicht so fest. So, was haben wir dann? Es ist ein Wiesel. Und was hat es dann? Es geht nicht mehr in die Innenstadt. Wieso dann das? Machen wir laut? Machen wir leise? Eigentlich wieselt es ganz normal vor sich hin. Haben Sie schon mal mit Fläschknepp probiert? Wieso Fläschknepp? Ah ja, das wäre doch ein guter Wieselkraftstoff. Ich weiß ja nicht. Was haben Sie dann für das Wiesel bezahlt? Ich glaube nicht so viel. So 4 Euro? Ach, ein Euro 4 Wiesel ist das. Ja, drum will es auch nicht mehr in die City. Hä, warum? Na, weil es denkt, dass es vom Wiesel-Fahrverbot betroffen ist. Und einen Wiesel-Partikelfilter hat es bestimmt auch nicht. Nein. Ist Ihr Wiesel eigentlich gechippt? Ich glaube nicht. Dann machen wir jetzt erst mal das. Da, denne Chipp da ins Ohr rein. Und was ist da jetzt drauf? Na, die Wiesel-Summelsoftware. Damit können Sie dann wieder in jede Umweltzone rein. Genau. Aber wird das nicht teuer, wenn wir dann damit erwischt werden? Nee, im Vergleich zu unserer Rechnung ist das gar nix. Bald wieder. Was hat er dann?